Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chris Hildmayr und ich möchte jetzt vor einer Geschichte warnen, mit der sich demnächst abspielen wird. Verschiedene Regimemedien haben vor einen Vernichtungsfeldzug gegen Funktionäre und Mitglieder der Linkspartei und vor allem der antikapitalistischen Linken zu führen. Die Personen wurden teilweise bis ins Private hinein ausspioniert und sollen persönlich vernichtet werden von den Medien. Über Art und Umfang dieser Vernichtungskampagne kann ich jetzt noch nicht weiteres sagen, aber ich werde euch auf den Laufenden halten und glaubt nichts, was diese Schweine verbreiten. Es hat nichts mehr mit politischer Auseinandersetzung zu tun. Hier sollen Menschen persönlich vernichtet werden in der Öffentlichkeit und ich rufe alle linken fortschrittlichen, progressiven Kräfte auf, gegen diese Hetzkampagne, gegen diese Vernichtungskampagne, offensiv Stellung zu beziehen und sich vorzubereiten. Es wird nicht mehr lange dauern. Näheres gibt es, sobald es mir vorliegt. Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.